Lassen Sie die beiden doch mal schnuppern! Das möchte ich nicht. Och, der arme Hund! Es hat seine Gründe. Der kackt da aber jetzt nicht hin, oder? Nee, nee, keine Sorge, ich halte jetzt gleich meine Hände drunter. Können Sie bitte nicht meinen Hund anfassen? Okay, stopp! Sitz! Sie sind so aggressiv, das ist Tierquälerei! Wir trainieren gerade. Lassen Sie den Hund doch mal von der Leine! Nein, das möchte ich nicht. Wieso das denn nicht? Sie hat heute keinen guten Tag. Das liegt bestimmt an der Leine. Und den Rest klären die Hunde unter sich.